So, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr reinschaut. Mein Video zu Spicy, das extrem scharfe Kartenspiel vom Heidelberger Spieleverlag. Ist für zwei bis sechs Spieler, dauert ungefähr eine Viertelstunde, ab zehn Jahren empfohlen. Das hier ist das Spiel einmal aufgebaut. Das hier ist die Spielende-Karte, die hat ein bisschen eine andere Rückseite. Da guckt man einfach, bei zwei Spielern kommt ihr hier in den Stapel, bei drei bis vier hier, bei fünf bis sechs da. Das heißt, man legt die daneben und schiebt die dann ungefähr auf der Höhe da rein. Das muss nicht ganz genau sein. Die Karten hier bekommt man, wenn man alle seine Karten runtergespielt hat, was gar nicht so einfach ist. Man hat einfach sechs Karten auf der Hand und das Spiel ist eigentlich super einfach. Es gibt drei verschiedene Gewürzarten, die habe ich hier auch alle. Pfeffer, Wasabi und Chili. Die Karten haben Werte von eins bis zehn. Und wenn ich dran bin, spiele ich einfach irgendeine Karte aus und sage halt, welche Zahl und welches Gewürz das ist. Die erste Karte muss zwischen eins und drei liegen. Danach kann ich halt so hoch gehen, wie ich möchte. Es muss aber auch nicht der Wahrheit entsprechen. Das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel bei der ersten Karte sagen, dass das Wasabi eins ist. Das ist natürlich gelogen, aber vielleicht haben meine Mitspieler ja noch gar keinen Grund, das anzuzweifeln. Sie müssen jetzt aber auch auf jeden Fall eine Wasabi-Karte drauflegen, die höher ist. Also hätte ich auch ein bisschen bluffen können. Ich könnte auch sagen, das ist Wasabi drei. Da muss dann jetzt eben Dave gucken und er hat jetzt schon mal gleich ein Problem. Wie ihr seht, er hat zwar Wasabi, das ist aber eine Eins und er muss höher gehen. Also selbst wenn ich jetzt Wasabi eins gesagt hätte, wäre es doof, weil er muss da drüber kommen. Aber ganz selbstlos, wie er jetzt halt ist, würde er vielleicht dann sagen, okay, ich sage mal Wasabi vier. Leg das da drauf und jetzt muss ich halt entscheiden, okay, spiele ich dann etwas Höheres drauf oder zweifle ich das an. Ich könnte mal sagen, ich sage mal hier Wasabi acht, ohne dabei zu lügen. Und Dave kann sich jetzt halt eben überlegen, ob er auch einfach passt, eine Karte nachzieht. Er möchte aber eigentlich alle seine Karten loswerden oder ob er blufft. Er könnte jetzt also sagen, okay, du hast eine Wasabi acht gelegt, dann lege ich mal eine Wasabi neun. Und jetzt überlege ich schon, okay, ich habe eine Zehn, hat er das denn wirklich? Das war vielleicht nur geblufft, geflunkert und ich möchte ihn eigentlich ungern damit durchkommen lassen. Also sage ich mal, glaube ich nicht, dann lege ich quasi meine Tatze da drauf, muss aber auch sofort sagen, was ich nicht glaube. Glaube ich nicht, dass es eine neun ist oder glaube ich nicht, dass es ein Wasabi ist? Ich würde jetzt mal sagen, ich glaube nicht, dass es eine neun ist, würde das aufdecken. Und ah, es ist eine neun, zwar die falsche Gewürzart, aber leider habe ich ihn zu Unrecht angezweifelt, zumindest mit der falschen Eigenschaft. Also bekommt er diese ganzen Karten als Punktestapel und ich muss zwei Strafkarten nachziehen, was natürlich gar nicht so gut ist und müsste jetzt eben auch wieder rauskommen. Also könnte ich zum Beispiel sagen, dass ich hier meinetwegen Pfeffer zwei habe. Und dann muss Dave jetzt eben auch wieder überlegen, was macht er? Hm, nochmal bluffen, das würde aber sicher schon durchgehen. Dann sagt er mal Pfeffer vier und dann sage ich, weißt du was, glaube ich nicht, das ist keine vier, deck das auf und es ist natürlich komplett falsch. Dann bekomme ich das jetzt hier als Punkte und Dave bekommt zwei Strafkarten und darf dann aber auch sofort wieder anfangen, muss sich jetzt halt irgendeinen guten Bluff überlegen. Hat jetzt hier einen Gewürzjoker nachgezogen, das heißt hier stimmt das Gewürz immer, die Zahl aber nie. Also könnt ihr jetzt auch hier mal sagen, er legt da mal Chili drei hin, dann muss ich jetzt halt bedienen, wenn ich kann, Chili ist gar kein Problem für mich, sage ich Chili fünf, er denkt sich dann, hm, okay, alles easy, Chili sieben, dann sage ich mir, hm, Chili zehn. Nach einer Zehn darf er übrigens jede Karte spielen, dann muss er sich jetzt überlegen, okay, macht er weiter oder glaubt er mir das nicht? Und er könnte sagen, glaube ich nicht, das ist zwar eine Zehn, aber es ist kein Chili, deckt das Ganze auf und hat recht, Wasabi, also bekommt er diesen ganzen Punktekartenstapel und ich muss nochmal zwei Strafkarten bekommen. Sollte er es halt irgendwann schaffen, diese Karten alle runterzuspielen und keine mehr vorhanden zu haben, dann bekommt er das, wo er halt plus zehn Punkte bekommt, legt einfach zu seinen Karten hinzu und zieht dann sofort sechs neue Karten nach. Sobald ein Spieler seine zweite Belohnungskarte bekommen würde, ist das Spiel automatisch zu Ende oder wenn hier halt die Spielendekarte aufgedeckt wird. Ich habe jetzt hier auch noch so eine Zahlen-Joker-Karte, sprich hier ist die Zahl immer korrekt, die ich sage, aber das Gewürz ist dann eben auf jeden Fall falsch und natürlich zu zweit ist das Spiel schon okay und spielbar, ich würde es aber immer eher in höheren Spielerzahlen empfehlen, drei, vier, fünf, dann, also bei uns wird da eigentlich immer sehr viel gelacht bei, weil man, ne, ich glaub's nicht und naja, das und das zweifle ich an. Wir haben tatsächlich am Anfang das Spiel ein bisschen falsch gespielt, weil man am Anfang ja nur eins bis drei legen darf, also immer so in Dreierschritten, haben wir es dann auch so gespielt, dass man immer nur Dreierschritte gehen darf und das war tatsächlich auch sehr witzig, kann man aber auch mal als Variante ausprobieren. Es sind aber auch gleich ein paar Varianten von Haus aus da drin. Da haben wir zum Beispiel diese Variante hier, da kann man halt einfach bei zu einer 6, ne 9 sagen oder zu einer 9, ne 6, wenn man da angezweifelt wird, ist es kein Fehler, dann verliert der andere die Herausforderung. Dann gibt es noch diese Karte hier, da kann man einfach, wenn man eins bis drei ansagt, das Gewürz immer zu Chili ändern, das hat auch ganz witzige Effekte tatsächlich. Wenn diese Karte im Spiel ist, kann man, wenn man eine 5 ansagt, sofort zwei Karten unter die 5 legen und darf dann dementsprechend sofort Karten nachziehen. Also man kann seine Hand dann ein bisschen verbessern und auch wenn das angezweifelt wird und falsch ist, dann bleiben die Karten da trotzdem drunter liegen. Man hat trotzdem die neuen Karten, hat man natürlich eher einen Centif mal eine 5 anzusagen, das anzuzweifeln oder auch zu überlegen, glaube ich, die 5 geht es oder nicht, war es wirklich eine. Hiermit kann man nach einer 8, 9 oder 10 auch gleich eine 1 bis 3 ansagen, was man sonst ja auch nur nach einer 10 kann tatsächlich. Und der Gewürzräuber hier sagt einfach, sobald ich eine 4 ansage, lege ich meine Hand auf den Stapel. Wenn ich nicht angezweifelt werde, bekomme ich alle Karten, die es da so gibt. Und hier bei der Copycat kann jeder Spieler die Karte spielen, die quasi angesagt wurde von dem anderen, die kann man dann auch herausfordern. Man sagt dann aber nur falsch und dann muss halt alles stimmen. Es muss sowohl Zahl als auch Gewürz stimmen. Wenn nur 1 und 2 nicht stimmt, dann wird die Herausforderung eben nicht gewonnen. Wie gesagt, die Trophäen erhält man ja immer, wenn man keine Handkarten mehr hat. Sobald ein Spieler 2 bekommen hat oder alle Trophäen irgendwie auf die Spieler verteilt wurden, ist das Spiel zu Ende oder wenn hier die Spielendekarte gezogen wird oder beziehungsweise aufgedeckt wird. So und das war einmal ein Überblick über Spicy. Ich habe tatsächlich diese Extrakarten hier auch nie benutzt, weil mir das Grundspiel eigentlich komplett reicht. Aber so kann man halt noch ein bisschen mehr Würze reinbringen. Das muss man tatsächlich live gespielt sehen oder halt selber spielen, um wirklich den richtigen Witz dabei zu erfahren. Das war jetzt zumindest ein Überblick, wie es so grundsätzlich funktioniert. Und ich hoffe, dass ich bei den Regeln keinen Fehler eingebaut habe. Wir werden das auf jeden Fall nochmal live spielen. Hier auf dem Kanal oder auf dem Live-Kanal. Guckt da mal rein. Also wie gesagt, in der richtigen Runde wird da super viel gelacht bei. In eher trockenen, ruhigen Runden vielleicht auch nicht so. Das basiert ja so ein bisschen auf dem Spiel Flunkern, was es auch vor ein paar Jahren gab. Und ich bin mir sicher, Flunkern basiert auch einfach auf irgendeinem 13. Kartenspiel. Flunkern kam in meinen bisherigen Spielerunden in den letzten 6, 7 Jahren immer mega gut an. Und das Spiel gibt es nicht mehr. Ich habe es noch, es ist ziemlich zerfleddert. Das hier ist ein Spiel, das glaube ich in den gleichen Runden eh nicht gut ankommt. Das immer so ein bisschen von Misstrauen durchsetzt ist. Und man denkt, glaube ich dem jetzt, glaube ich ihm nicht. Hat halt wunderschöne Glitzerkarten, die man dann auch wahrscheinlich auf jeden Fall slieben sollte, damit die auch möglichst lange hübsch aussehen. Und jetzt wisst ihr einmal, wie Spicy funktioniert. Ich finde es gut, ich mag es. In meinen Runden war es bisher eigentlich immer ein Hit. Und das war es dann von mir. Bis bald. Und Tschüss. Untertitelung. Untertitelung des ZDF, 2020